Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Leica Store in Wetzlar. Mein Name ist Jessica Blyle und ich möchte Ihnen heute das neueste Spitzenmodell der Leica Ferngläser vorstellen, das Leica Noctivit. In diesem Fernglas stecken 110 Jahre Leica-Erfahrung. Das Leica Noctivit hat moderne optische Glassorten und neue Blenden und zusammen mit der Oberflächenbehandlung der Linsen sorgt das für eine ganz besondere Brillanz und einen besonderen Kontrast im Bild. Das hat es tatsächlich so auch bei Leica Ferngläsern noch nicht gegeben. Damit haben sie wirklich einen unglaublich dreidimensionalen plastischen Eindruck. Ja, ich könnte stundenlang durch dieses Fernglas schauen. Es ist wirklich perfekt für alle Vogel-, Natur- und Outdoorfans. Ich wünsche Ihnen einzigartige Seherlebnisse mit unseren Leica Sportoptikprodukten und hoffe natürlich auf ein herzliches Wiedersehen hier bei uns im Leica Store in Wetzlar. Tschüss, machen Sie es gut!